Da wird ja massiv geklettert. Wieder Zettel drin, oder? Freunde, es ist wieder mal Zeit für einen Geocache. Hinter uns ist eine Kirche, die wir eigentlich besichtigen wollten. Die aber abgesperrt ist, wäre ein richtig cooler Los Place gewesen. Aber dann kam uns die Idee. Da muss doch ein Geocache sein. Und jetzt sind wir hier auf so einem alten Park mit verschiedenen Figuren hinter mir. Also hier ist mein Bruder Jesus. Und die anderen kennen nicht. Familienmitglieder, mit denen ich nicht mehr recht viel am Hut habe. Und hier soll ein Geocache sein. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir den finden. Angeblich kleine Plastikdose in der Nähe hier, grün. Es bleibt spannend. Ich bin motiviert. Und, wie ist die Lage? Wo müssen sie da circa sein? Was ist denn die Beschreibung? An den drei Kreuzen vorbei durch die Spitze Wiese. Genau. Und den drei Kreuzen vorbei durch was? Die Spitze Wiese. Das ist eine Spitze Wiese. Genau. Ich glaube, ich springe jetzt einfach mal hier runter. Weil vielleicht ist ja außen im Mauerwerk. Das könnte sein, weil gerade vorbei sind wir jetzt gegangen. Und jetzt jumpen wir da mal runter. Oh, die haben ja massiv geklettert. Oh, da sind auf jeden Fall Steine am Start. Bis später geht's da oben. Bis später geht's da oben. Leider kein Erfolgsmoment. Aber irgendwie auch schon. Es fühlt sich. Wir haben ja die Stelle eigentlich gefunden. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten an starten, den wir dann wirklich finden. Das wäre es. Aber eigentlich haben wir noch gefunden. Das war auch noch ein zweiter Geocacher hier. Der hat auch gemeint, es müsste der Stein sein. Egal. Es geht weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Cache. Was steht bei dem Cache? Er ist klein und wird bewacht, oder was? Ist das der? Ja. Ah, nein. Dieser Cache führt euch in die Nähe eines alten Schlosses. Es wird renoviert, aber angeblich da und diese schon länger, diese Arbeiten. Und jetzt schauen wir mal, wo der ist. Wir sind auf jeden Fall schon richtig gut in der Nähe. Obst. Wirklich? Dir, dir, dir. Juhu. Du hast dir die Zettel drin, oder? Ja. Hast du den Stift? Nein. Ich meine auch schlecht. Das Schloss schaut ja mega cool aus. Nachdem dieses jetzt so erfolgreich war, geht es weiter. Und bei dem Stand, er wird bewacht. Von was er bewacht wird, keine Ahnung. Wir werden es jetzt rausfinden. Wir sind angeblich am Ort des Geschehens. Ich glaube... Was ist das da? Kann das das sein? Boah, ist das Reidegebühr da gar nicht reingekreifen. Möchtest du nur auszuholen? Er wird bewacht. Hallo Spinnen! Das ist ja voll lustig. Das ist ja voll klar. Du machst es klar. Das ist aber eine gute Idee. Zwei von drei, kann man sagen, haben wir entdeckt. Wobei der dritte, den hätten wir eigentlich auch gefunden. Er war einfach nur nicht da. Hat eigentlich nie gehört. Freunde, wenn euch solche Videos gefallen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein neues zu verpassen. Und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Wir sind jetzt wieder richtig im Geocache Fieber. Es ist unglaublich. Ich bin so motiviert. Und wir werden dieses Jahr auf unsere eigenen Zweifel stecken. An zwei verschiedenen Standorten, richtig weit entfernt. Aber ich glaube, wir sind derzeit wieder sehr motiviert. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.